und das ist es in den gasten im deutschen nochmals zum anfang und bei uns erst mal eigentlich schon ein Punkt zu kämpfen aber so fast wieder zu hoch wieder in der breite Schaden ausgeteilt und ich möchte schon wieder an meinem Po das mein Po sagt Eier nächstes und und hoch k ich weiß noch was wir noch vergessen haben es hier nicht mal zu kontrollieren wie weit man denkt Wie weit wir eigentlich sind mit der Fettplatte? Fettplatte! Fettplatte! Hier gibt's Fettplatte! Oh, das ist auch schon. So ist schon. So ist schon schafft man, euer Kind zu töten. GNSG Wieserw perdre Wściele Ciao! Euer Kör каких-被- Ah, du wegschnoch. Nein, wie gibt's auch schon? Das war's, der cra Merieder ist. ein bisschen bauen schon drei hoch st es ist nicht mehr auch die Spitze gewollt vor Ort hier und steigen auch was noch was naja es ist nicht weil ich ja viel als Proberer ja 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 fast ausreichend guck mal du bist Menschen Neuer in der Christe kommen damit auch noch zwölf und es reicht an Englisch und ein als andere haben wir ja soweit es gehen dabei aber von draußen markiert mal hier die Hühne muss auch wiederfinden was man was macht es zu wissen was sie so müssen so ein schönes Bauern ist er muss ja nicht mehr so ein Lager und so ein BASECAP SPACECAM SPACE BASED und schon wird uns dann auch weitergelegt haben was der kommunische Eisersteinbund kann man alles aussteigen ja von der die den 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 das die das ist den den und die Ecke hin für unseren Bastelkävich da also eh, was brummt, gebrauchene Schaufeln Baumenskrieg zwischaufeln, wehste und zwischbissacken ach mein Buben lag lag verleicht aber muss bei der Gelegenheit auf dem mann Kiste basteln naja mit den Scheißdingen Koppelsturm, das kann man ablegen, das kann man ablegen, das ist das die Dinger legt man ab, das legt man ab, das legt man ab das bald bei uns so, reicht es Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein die Schlecker und sind glücklich Nioioio so nach der Sprache und das ist Du weißt Du weißt Friede Rico Friede 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 wird Na ja, oder? Was ist denn hier los? So Pass mal auf Koppel die Koppel die und Koppel da Koppel sind für alle da Aber so für dich Nein Eine schöne 3 Uhr höhe, willst du? Ja 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 Jetzt geht's ja da warten Jetzt geht die Action wird schon neu Hast du gar nicht gedacht Dass es wirklich so wird Wir würden eigentlich nicht Nein, das ist immer wieder Wartet man manchmal gar nicht Was haben wir alles erwartet? Nein, nein Nein Damit kannst du aber nicht schlecht Das hätte keiner verursacht Das ist so krass geworden Das ist so krass geworden Oh nein Ja Ja Nein Na Ja Na Ja 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 Geht gut nicht der Schwierigungsgruppe und das ist wobei wir haben sie gleich durch die Welt ist und dann gehen sie in den Bund schlicht die Klinik ist als gepastelt und es sind es sind Mochskar und Korto Kochfeld dabei 0 Jaja bis noch ins Reitereien Reiter müssen noch ein Reitereien Schuhe Jo Wüste Joostrechto Schuheko Zwergkommige zu erlösen die Europäer hinzu das macht stück rein nach im Grunde Korridor rein auch nur in wir wollen die Hände ein Kulturer 18 da wird schon unterstiefen über die erste Miete vorhanden der erste Miete Naja sind muss bestehen schon die die jetzt ich habe jetzt gar nicht ich bin gar nicht zum Zaltag was sind sie nämlich meine schlitzung na ja ich bin schon scheiße aus mit dem normalen stein aber es ist ja noch eine beurschtung das ist noch nicht das was es werden soll das ist ja nach einer stein dann kannst du keine miete verlangen hast du wieder einfließen kannst du nur gehen mitnehmen um zu jürgen siehst du auch es war noch so so umkriegt Kirsten Gäste noch ja an der Wand um englisch Köln ist und jetzt st immerhin mal hier sind er die Höhle am Ende ist die Norden die drei Fußtiefe oder so die Höhle in zum wie noch drinnen und zu halten Wofür da können sein aber erst mal hier das wüsstens dass wir auch solche Bilder noch hier unten das hab ich immer noch nie gesehen ist ein Witz oder? ich tu mal noch mit auf den Glück